Hallo Leute, ihr könnt mich mal sehen. Ja, ich wollte euch noch ein paar Fragen beantworten. Und zwar, wie ich heiße, wer ich überhaupt bin, woher ich komme. Denn man sieht schon, dass ich aus einem anderen Land komme, oder? Ich denke aber schon, oder? Ich glaube schon. Und wie viele Jahre alt ich bin. Ich fange erstmal mit diesem Namen an. Und zwar heiße ich eigentlich Maria Rebecca. Aber man nennt mich nur Rebecca. So wie Rebecca Wing. Ihr könnt mich also gut merken. Yay. Ich bin erst 10. Macht euch keine Sorgen, nein. Meine Mama hat das YouTube-Konto erstellt. Und ich filme ja gerade, weil sie gerade keine Zeit hat. Aber wenn ihr mich mal einfach seht, dann filmt meine Mama. Filmt. Und ja, sie ist also hinter der Kamera dann. Und ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, dass ich Blödsinn mache. Ein paar Videos sind nicht für Kinder. Ein paar schon. Das kann man sich ganz gut merken. Okay. Und ja, ich komme aus Rumänien. Okay, ich kann Rumänisch. Und bin in der vierten Klasse. Also komm in die vierte Klasse. Und werde 10. Ja, aber es dauert halt nicht mehr lange, bis ich 10 und bis ich in die vierte Klasse komme. Wahrscheinlich, wenn ich in die vierte Klasse komme, dauert es zwei Wochen oder eine. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ja. Ich wollte einfach nochmal, dass ihr mich seht. Dass ihr mich kennenlernt überhaupt. Denn ihr wisst jetzt nämlich nicht, wer ist hinter der Kamera? Ist er ein Betrüger? Ist er eine Lügnerin? Ja. Wisst ihr nicht. Okay? Das wisst ihr nicht. Und ja. Was wollte ich denn jetzt nochmal sagen? Ich habe jetzt was vergessen. Ja. Dicke. Das Wichtigste habe ich nicht vergessen. Und zwar. Ich glaube, ihr wisst schon. Aber ihr müsst es nicht tun. Okay? Niemand zwingt euch. Das sage ich euch. Ihr könnt es machen, wenn ihr wollt. Wenn ihr meinen Kanal liebt. Ihr könnt mich abonnieren. Ihr könnt mir ein Like geben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es auch noch teilen. Und etwas Liebes in die Kommentare schreiben. Danke. Und ja. Das erste Video, was ich gemacht habe, war eigentlich ein Short. Das war meine Hausaufgabe, die ihr gesehen habt. Und ja. Ich bin auf jeden Fall schlau. Schlau bin ich. Und zwar kann ich 1 plus 1 rechnen. Und ja. Manche sagen einfach, 1 plus 1 ist 11. Das ist voll dumm. Oder 1 plus 1 ist gleich 1. Oder manche machen halt so einen Scherz draus. Und zwar 1 plus 1 ist gleich 5. Ja. Ist halt nur 5. Und dann kommt das Ergebnis halt immer nur 5. 10 plus 10 ist gleich 5. Wie geht das? 10 plus 10 ist 20. Und 5. Und ja. Ich wollte einfach nochmal, dass ihr mich einfach seht. Dass ihr mich kennenlernt. Und ja. Ich wollte einfach mich vorzustellen. Okay? Ich wollte mich einfach vorstellen. Und ja. Schreibt unten in die Kommentare. Ob ihr mehrere Videos sehen wollt. Denn ähm. Ich habe nämlich. Ich werde nämlich auch noch einen anderen Kanal machen. Und ich habe erstmal mit YouTube angefangen. Also ich mache gleich schon wieder einen Kanal. Und dann fange ich einfach wieder mit einem anderen Kanal an. Ist auch dumm, oder? Aber meine Freundin hat auch zwei Kanäle. Und die hat auch erst angefangen. Der ist übrigens Dark Angel Justi Ovo. Okay? Ähm. Das solltet ihr euch merken. Und ja. Zu dem Profilbild. Wo habe ich denn das Profilbild hin? Ähm. What? Och nee. Ach da. Bei mir ist nämlich Chaos. 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 Und ähm. Ja. Zu diesem Profilbild. Wollte ich mir mal sagen. Das habe ich nicht gemalt. Aber das sollte ich sein. Okay. Das hat meine Freundin Justina gemalt. Sie heißt. Wie gesagt. Dark Angel Justi Ovo. Und ich fand es halt voll cute. Und hinten drauf ist nochmal Among Us. Ich werde das dann nochmal ausmalen. Und dann werde ich das als, glaube ich, als zweites Profil machen. Oder vielleicht gleich diesen Profil ändern. Okay. Und ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ähm. Ich habe es nicht gemalt. Schreibt einfach unten in die Kommentare, ob ich auch so mal was malen sollte. Denn ich kann mich auch so malen. Aber jetzt nicht so gut, wie man es fand. Oh mein Gott. Und ja. Es gibt natürlich vielleicht, keine Ahnung. Ich muss jetzt mal nachdenken, ob es Horrorsachen gibt. Aber auf jeden Fall, mit Roblox gibt es Sachen. Okay. Mit Roblox. Yeah. Ja. Übrigens. Ich mache kein YouTube wegen dem Geld. Nein. Digga. Man sieht einfach so meine Karton. Alter. Mein Karton. Der nervt voll. Deswegen muss ich es irgendwie halten, dass ihr halt nicht meinen Karton sieht. Aber eigentlich macht es ja keinen Sinn. Hier ist ja alles voll. Alles. Und, ähm, ja. Es gibt bei mir keine Fake-Sachen. Also, zum Beispiel, ähm. Digga. Digga, schreibt mir die ganze Zeit auf WhatsApp. Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. So, einfach mal wegmachen. Okay. Weg machen. Und, ja, zum Beispiel, ähm, es gibt ein paar Fake-Sachen schon, aber ich sage euch dann am Ende Bescheid. Zum Beispiel, wenn es Game Master-Sachen gibt, ähm, dann sage ich euch, wie gesagt, Bescheid, dass es den Game Master nicht gibt. Denn es gibt ja auch Kinder. Kinder, so wie ich, ich bin ja auch noch ein Kind, die halt Sachen gucken, ähm, ja, dann kriegt man schlecht Albträume, dann kann man nicht mehr schlafen, wenn es Kindergartenkinder sind. Und die müssen halt auch früh aufstehen, dann in den Kindergarten. Und, ähm, ist halt blöd. Und deswegen sage ich einfach Bescheid. Ähm, genauso wie bei AllesAva. Guckt bei ihr auch noch mal vorbei. Und, äh, ja, ich glaube, ich werde heute noch mal ein Roblox-Video drehen. Ähm, vielleicht. Ich muss erst mal gucken, ob ich Zeit habe, denn ich habe nämlich sehr viele Termine. Pfff. Und, ja, ihr habt jetzt sehr viel von mir gesehen, sehr viel von mir gehört. Und, ja, ich würde sagen, wie gesagt, wenn ihr wollt, oder wenn ihr nicht wollt, könnt ihr einfach, das sage ich doch keinen Sinn, was habe ich gerade gesagt, verstehe ich jetzt nicht. Und, wenn ihr wollt, dann könnt ihr einfach mich abonnieren, ein Like da lassen, bei meiner Freundin Dark Angel, dass die Oren noch mal vorbeischauen und sie auch abonnieren. Und bei AllesAva auch abonnieren. Und dann noch liken. Yay! Und tschüss!